Hallo und herzlich willkommen aus den Niederlanden. Ich wollte gerade den Vlog eröffnen, aber meine Frau möchte gerne über Hundekacke sprechen. Ein wichtiges Thema, aber es ist ganz gut geregelt hier. Wir sind mittlerweile hier in die Nähe von Rotterdam an der niederländischen Nordseeküste angekommen. Bei Antwerpen. Eigentlich sind wir ziemlich dicht an Antwerpen dran. Wenn du dichter kommst, kannst du mit ins Bild, dann darfst du mitreden. Darf ich mitreden. Wir sind hier mal fünf Tage und schauen uns Oesterdam Resort an. Dürfen wir euch das vorstellen. Beim Thema Hundefreundlichkeit und Hundekacke. Wir haben jetzt einen Beutel hier weg zu bringen, den wir hier mitbekommen haben. Was ganz cool ist, ist, dass unser Häuschen tatsächlich einen Zaun drumherum hat, weil wir gesagt hatten, dass wir mit dem Hund kommen und das ist auch ganz praktisch. Das bietet sich an. Aber jetzt gehen wir erstmal uns einen Chopper organisieren, oder? Ja. Er hat ja immer so unterschiedliche Rollen, die er einnimmt, der Janosch. Und in einer Rolle ist er so ein Sonderpädagoge mit Dreads und singen. Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert in die Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. So macht er. Original. Also wirklich zum Brüllen. Und dann hat sich ein Influencer gedacht, irgendeiner, den ich nicht kannte, der hat sich gedacht, ich mache aus diesem Song, wir starten motiviert in die Woche. Ein Remix. Ein Techno-Remix. Und jetzt geht das Ding viral. Und ich habe dringelacht. Muss ich euch nachher unbedingt mal hier einblenden. Wie kommen wir darauf? Ja. Ich habe letzte Woche meiner Schwiegermama ein neues iPhone eingerichtet. Und zum Glück bin ich jetzt im Urlaub. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Hier trudeln die Fragen ein, wie, wie kann ich mich denn nochmal bei Chefkoch anmelden? Ja, das ist wichtig. Oder sowas wie, eben, da kommen wir darauf. Sie wird jetzt in den Apple Store laufen und wird dort einen Mitarbeiter fragen, ob er ihr Chefkoch nochmal installieren und einrichten kann. Mama, du musst einen Senioren-Apple-Kurs belegen. Gibt es. Gibt es. Und sie sind bestimmt gut besucht. Und das finde ich super. Die sind super. Die sind super. Kannst du mal einen Motiviert-Song machen? Wir starten motiviert in die Woche. Verboten, Fiesten, Teplassen. Was? Fiesten. Fiezen. Achso, Fiezen. Verboten, Fiezen, Teplassen. Fiezen, lass deine Füße hier nicht hinlegen. Verboten ist das hier auf diesem Platz. Nein, Fahrräder dürfen wir nicht abgesteckt werden. Ach, Fahrräder sind Piezen. Ich muss noch ein bisschen Holländisch lernen. Möken in der Köken. Hör auf, das darf man nicht sagen. Ja. Wie funktioniert das? Okay. Any questions? How fast is this? Oh, wait. How fast? About 30, 35 Kilometer. 30, 35. Okay. So. Er startet nicht, wenn der Fuß hier unten ist. Einmal anmachen, startet quasi nicht der Motor, sondern der Motor. Ja. Zweimal ist, dann geht das Licht an. Hier kann ich hupen, hier kann ich blinken. Hupen ist links, ne? Hm? Hupen ist links. Hier, genau. Hier ist hupen. Hier ist blinken. Rechts, links. Das hier ist wahrscheinlich für Licht. Ach komm jetzt, Fahrrad war los. Und man benutzt beide und wenn die Kinder hier sein wollen, dann. Und wenn wir gleich am Haus sind, ziehst du noch Schuhe an, Madame. Ja. Ja. Ich binНеWhat mal mitPN! Buh? Buh! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.